Moin Mädels, Moin Jungs, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial Video, ihr habt es ja schon am Titel gelesen. Gleichzeitig ist das ja auch mein 50.000 Abonnenten Special, also vielen lieben Dank an alle Abonnenten, dass ihr Abonnenten abonniert habt. Dazu kann ich nur sagen, danke. Heute gibt es leider kein Mafia Video, sorry Leute. An dieser Stelle muss ich da echt sorry sagen. Übermorgen mache ich bestimmt wieder ein Mafia Video, morgen kommt wahrscheinlich nochmal was anderes, also sorry. Heute wollte ich euch einen kleinen Lifehack mitteilen, den ich heute herausgefunden habe und vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Ihr habt ja vielleicht auch ein Handy, wenn ihr damit eine Nachricht verschicken wollt. Beispielsweise bei WhatsApp, dann gibt es die Leertaste auf der Tastatur und wenn ihr einen Text schreibt und euch verschrieben habt, dann könnt ihr die Leertaste gedrückt halten und dann könnt ihr an die Stelle sliden, wo ihr hin müsst, damit ihr den Fehler korrigiert. Ja, das war es auch schon mit dem Lifehack. Schreibt in die Kommentare, wie ihr meine Frisur findet und sorry wegen Mafia. Das kommt dann bald wieder, ja. Ich habe euch wirklich alle lieb und vielleicht schaffen wir noch mehr als 50.000. Sorry und danke.